Bei den Hyundai-Cabaret-Tagen gibt's Fragen über Fragen und jede Menge konkreter Antworten. Nach Jahren im internationalen Model-Business nun auf der Bühne Als Model zu fragen, wenn gibt's was zum Essen, ist ungefähr das Gleiche, als wenn du bei den anonymen Alkoholikern fragst, mach für den Prosecco. Nina Hartmann mit ihrem Programm gibt dem Model Zucker. Es heißt eben, auf die Größe kommt's nicht an. Die Hyundai-Cabaret-Tage, Dienstag, 21.05 Uhr.